Norddeutscher Rundfunk 2021 Stopp! Schuldausweise. Ich bin seit vier Jahren auf dieser Scheißschule. Nein, kannst du nicht rein. Alles klar, Jungs? Was wollen wir machen? Erstmal zum Kiff, Mann. Kriegt ihr noch nen Plan, oder nicht? Braucht ihr was? Nicht einfach weiterlaufen! Fuck! Eine miese Bombe ins Gesicht gegeben. Komplett geblutet, ja? Hast du mal in den Spiegel geguckt? Dein ganzes Gesicht ist zerfickt, ja? Der Klügere gibt nach. Das hab ich dir tausendmal gesagt. Ob ich irgendeine Wahl hätte, ja? Nicht der Klüge gibt nach. Der Klüge tritt nach. Wanda, du gibst genau 500 Euro. Morgen. Ganzes Haus ist versiert. Trauriger Blick. Ja, genau wie... Ich war 500 Euro. Von dir? Von uns. Wanda, bitte einer Kreide holen. Ich mach das! Es müssen jetzt nicht alle... Okay, dann holt ihr jetzt zu dritt Kreide. Was mit den Computern aus der Schule? Wir brechen in die Schule ein und klauen die Dinger. Das wird so einfach. Dicker! Alter! Mach den Scheiß aus, Julius! Tschüch! Ja, Dicker! Ich hab den Jackpot gemacht, ja? Wo habt ihr das? Ich bin Möbelpacker, ja? Kann ich dir beim Ausziehen helfen? Setzt euch! Der Schaden geht in die Tausende. Tschüch, die haben ja richtig schnapp gemacht, ja? Schnauze! Wir werden die Täter finden. Hast du mir vielleicht ein Zehnerlein? Verpiss dich zu keinen! Ab jetzt! Wenn ich so eine Scheiße nicht machen hätte, wir gar nichts! Du schwänzt fast jeden beschissenen Tag? Was bist du die Geist? Alles wie immer, ja? Kruppstadt steht noch. Und schöner ist auch nicht geworden. Aber wenigstens Sommer. Sonne und Beton, ja? Das ist halt auch der typische Scheißopferdeutsche. Blond, dünn, Scheißfrisur. Dünn, Scheißpfl